und die wir spielen als erste mal das war für mich das heißt ich habe keine Ahnung wie es geht, habe ich das gesehen zwar schon, aber so direkt habe ich keine Ahnung... ja, schön wie das funktioniert soo wir gucken mal eben Skittley ja Skittley Kind Erwachsene Teenager Jünger Erwachsene 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 soo Erwachsene soo wir müssen jetzt mal was basteln bisschen und dann können wir mal schauen weiter ja ich bin ich bin ich bin Ich weiß nicht, was ich in der Völben? Das war's für heute. Das passt glaube ich schon. Also wir bauen erstmal nur verschiedene... Kann das nicht so los. Hier. Hier. Aber die Haare verwendet nicht so. Hier. Rot. Frauen. Das ist ein Nungsagsfrauen. Ach. Natürlich. Au. Ja, aber... Ich will aber nicht wieder einmal. Nein. Ich will das nicht lang aufhalten mit den Charakter-Erschaffung. Vor allem der Spielen. Ja. Ach. Was hier hat man durchschneiden? Ist er was der Kehle? Jo. Einmal zopfen. Ich weiß nicht, dass ich hier so etwas bin. Ich weiß nicht, dass ich hier so bin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das passt aber alles nicht so wirklich. Das war's für heute. 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 herzustellen her 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 nicht wirklich Natur her 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 Pomeray Quas! Sohn Sohn Hmm Hm. Auf Boden, glaube ich. Ja, ich spiele das nicht. Das ist nicht. So. Oh, stehen wir drüben. Proud. Hm? Pfff. So, gucken. Was soll ich hier machen, ne, eigentlich? Das ist ein Haustier. Klinz-Experimente. So, wassit. So, wassit. So, warte. Ich muss ihn mal gucken gerade, da muss ich ja mal eben schauen. Ah, okay. alles aber eigentlich wirst du ein dunkleres machen eigentlich was dauert so ewig lange das fertig zu machen die charaktere deswegen ich weiß so langweilig für euch die charaktere basteln würde das freut ich weiß aber noch langweilig für euch die sicherheit ich muss ja noch was ändern hier zählte zeigen so die Okay. Okay. Das ist ein bisschen wie Eis-Königin, ne? Warum soll ich das Papier machen? Warum soll ich das Eis-Königin? Zurück hier, kann ich das nicht machen. So. Ja. Ein Meer. Nicht Vampir, sondern Alien. Das ist Galerie. Ich hab's ja. Mal schauen. Das hab ich ja eindeutig. Du kannst ja schlecht streamen beginnen. Hab ich gegessen, wird es ganz anderem. Wenn wir einen Beileid zu wärmen stellen würden, obwohl das gibt es auch schon tausendfach. Nichts Neues, glaub ich. So beileidmäßig oder so. Man könnte aber Eis-König machen. Wer weiß. Nicht. Nö. Aber so behalte ich mal alles zum Standard-Charakter. Und eigentlich. Das ist voll los. Au. Ach,ppy. Drei. Wohin! Ein Spaß macht das. Der Böden! Wohin! Wie ist das? Wohin! Die Stimme ist falsch. 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 Okay. Die Stimme ist falsch. 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 Die Stimme ist vrij. Die Stimme ist falsch. Die Stimme ist falsch. Die Stimme ist falsch. Hehehehe Vielen Dank.